Im Verlauf dieses Jahres 2020 haben wir gesehen, wie die Weisheit von Menschen zusammengebrochen ist und bloßgestellt wurde. Und als Resultat haben wir den Glauben an unsere Regierung, Medizin und sogar das Bildungssystem unserer Kinder verloren. Aber es ist zu dieser Stunde, dass die Stimme der Weisheit laut auf der Straße ruft. Sie erhebt ihre Stimme an den öffentlichen Plätzen mit dem klaren Klang eines Trompetensignals. Und sie sagt das, zu euch Leuten rufe ich aus, ich erhebe meine Stimme zu allen Menschen, mein Mund spricht Wahrheit aus, Rat und gesundes Urteilsvermögen sind meins, ich habe Einsicht, ich habe Macht. Die mich suchen, finden mich. Wer mich findet, findet Leben. Als Mutter möchte ich zur jungen Generation sprechen. Ich möchte euch sagen, dass es unsere tiefste Hoffnung ist, dass ihr Weisheit findet. Weil Weisheit ist das Höchste, darum ergreift Weisheit. Und auch wenn es alles kostet, was ihr habt, erlangt Verständnis und wenn ihr danach sucht wie Silber und nach ihr forscht wie nach versteckten Schätzen, dann werdet ihr die Furcht des Herrn verstehen und ihr werdet die Erkenntnis Gottes finden. Heiliger Geist, ich bete, dass wie deine Stimme auf den Straßen ruft, dass es laut und deutlich klingt und dass alle, die dich suchen, dich finden werden. Denn du bist der Geist der Wahrheit, du bist der Führer und du bist unser Lehrer und das Leben liegt in deinen Händen. Amen. Amen.